Ich bin Brigitte Wölfl und ich bin seit 36 Jahren mit viel Begeisterung für die Versicherungskammer Bayern im Vertrieb tätig. Herzlich Willkommen an meinem neuen Standort. Mein Büro ist mitten in Au bei Bad Fallenbach. Ja, ich freue mich total, dass mein Büro hier so gut gelungen ist und der Standort ist wunderbar, weil ich bin ja direkt an der Hauptstraße und durch die gute Außenbeschilderung ist es auch sehr, sehr gut sichtbar, dass hier die Versicherungskammer Bayern jetzt auch vor Ort vertreten ist und wo Versicherungskammer außen drauf steht, ist auch innen drin Versicherungskammer. Also es ist rundum alles perfekt. Die Kunden kommen sehr gerne hier ins Büro. Ich habe eine ganz gute Resonanz, besser als ich erwartet hatte. Also alles wunderbar und ich freue mich auf die nächsten Jahre hier. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020